Hallo liebe Garteln und Werkeln Fans, wir sind heute wieder auf unserer Schnäppchen-Tour gewesen im Oktober. Das ganze Zeug da rundherum hat ca. 80€ gekostet. Das sind super Pflanzen, super Bienenweiden, die kommen dann in den zweiten Garten hinein. Zudem gibt es dann später mal ein Video. Ich habe mittlerweile die Rückantwort von der RTR bekommen, das Problem vom vorigen Video mit einer positiven Rückmeldung. Unser Kanal fällt, so wie ich euch gesagt habe, weil wir keine Dienstleistung betreiben. Wir lassen uns nicht bezahlen für Werbung, fällt unser Kanal nicht, momentan nicht in die Richtliniengeschichte hinein. Das heißt, für uns ist das super. Zur Feier des Tages werden wir jetzt einmal unser Feierfasslauer herzen mit einer Kastanien. Wir haben solche Maroni, unglaublich, dort wo wir die Pflanzen gekauft haben, das ist hier in der Oststeiermark unten, fahren wir am Dorfplatz hin, unwissend. Wir haben zwar im Frühjahr schon gesehen, dass da ein Kastanienbaum ist, wir haben aber nicht bewusst hingeschaut. Wir fahren heuer noch hin, weil es dort gratis Parkplätze gibt und haben solche Kastanien. Ich meine, das sind aber die kleineren. Das sind die, die von den Ortsansässigen nicht genommen worden sind. Und dann haben wir eben mit der Baumschulchefin geredet worden. Es gibt eine Sorten, die hat Maroni ungefähr oder im Durchschnitt vier, fünf Zentimeter große Früchte. Ein Wahnsinn. Ein paar haben wir mitgenommen, wie gesagt, so kleinere, so drei, vierer. Und die werden wir jetzt dann auch herzen. Auf das freuen wir uns schon. Und wir sind froh, dass wir den Bescheid gekriegt haben. Können wir weitermachen. Das sind, wie gesagt, so ein paar Bienenpflanzen. Die kommen dann rein. Was das genau ist, dazu später. Es ist viel, auf alle Fälle. Und das wird hoffentlich alles werden. So schaut's aus. Aber es ist ein Wahnsinn, was in so einen kleinen Kombi reingeht. Also, das hat schon was. Sind wir froh, dass wir nicht mit dem Aufhänger gefahren sind, weil sonst hätten wir noch mehr Mieterfahrzeit. Genau. Ja, so ist das. Das war ein kurzes Update einmal. Wenn euch das getaugt hat, gebt einen Daumen rauf, abonniert unseren Kanal, falls ihr wissen, wie es weitergeht. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Und gesund bleiben. Das sind sowieso die besten Dinge. Wir wollten immer schon mal so einen Sitz ankommen. Und das ist aber irgendwie so mit Luft, so wie ein Luftpatrotzen. Geiles Teil war im Flohmarkt. Fünf Euro einer Kost. Ja, okay. Aber die bringst du normalerweise nicht um und sind extrem gemütlich zum Sitzen. Und die werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Und unser Regulierungssystem mit der Starne. Pödelnfeuer ist das. Jetzt weiß ich fast ein bisschen da. Ja. 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 Ja.